Der Fliesenschneider TC670 Projekt von Wolfkraft. Für Ihre Fliesenprojekte. Nach dem Auspacken ist er mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Vor dem Beginn der Arbeiten werden je nach Fliesenverwendung die Fliesenstärke und die Ritzkraft eingestellt. Durch seine stabile Bodenplatte und die ansteckbaren, flexibel einsetzbaren Verbreiterungen eignet sich der Projekt besonders auch für großflächige Fliesen. Einmal auf die Fliese eingestellt, immer perfekte Schnitte. Mit wenig Kraftaufwand. So erlaubt der Projektfliesenschneider auch Serienschnitte in gleichbleibender Qualität. Mit kontinuierlich sauberem Ritzbild. Präzise und gleichmäßig gleitet der Projektfliesenschneider über die Fliesen. Er ist einsetzbar für alle Fliesenstärken zwischen 4 und 14 Millimetern Stärke und für Fliesenlängen bis 670 Millimetern. Die Kunststoffführung und die C-Profilschienen sorgen für wartungsarmes und langanhaltendes Schneidvergnügen. Neben Längsschnitten beherrscht der TC670 Projekt durch seine spezielle Zusatzführung mit Winkelanschlag auch exakte Diagonalschnitte. Geeignet für Rechts- und Linkshänder überzeugt der TC670 Projekt stets durch Präzision und kraftschonende Anwendung. Jahre handcuffs utnyungen He kidnapped by twelve generation a team. Beher daguerregirlät ... ... P- ... ... ... ...